Ja, schwarze, homosexuelle Juden, das ist eine kühne Zusammenstellung. Und also ich würde von mir aus einmal sozusagen Sie doch zum Teil in verschiedene Schachteln setzen. Ich gehe nicht in Afrika. Ja, ja, über verschiedene Schachteln tun. Ich würde, also etwas was mir abgeht, eine ganz simple Sache, ist die Unterscheidung zwischen Oberschicht und Unterschichtminderheiten. Die Schwarzen in den USA als Sklaven geholt sind bis heute eine Unterschichtminderheit, trotz aller Bemühungen mit Passing und so weiter, hier den Bildungsstand zu heben und ähnliches. Warum ist das so? Hier ist zweifellos sozusagen ein gewisser Opfer, ein Opferstatus zu konstatieren. Es ist nicht anzunehmen, dass ein Mann, dessen Vater Sharecropper war, also der so Baumwolle geerntet hat auf einem ganz niedrigen Niveau, dass der Sohn Universitätsprofessor werden kann. Das ist nicht anzunehmen, aber er hätte es die Möglichkeit, normalerweise einen Sprung hinauf zu machen und irgendwie, wenn ein geschickter Handwerker ist, im Bauwesen oder in irgendeiner handwerklichen Tätigkeit unterzukommen. Das ist in den USA durch viele Jahrzehnte vermieden worden und verunmöglicht worden durch die Gewerkschaften. Das heißt, man hat die Leute, das hat so den schönen Ausdruck gegeben, to keep the Negro in his place, Negro mit kurzen I. Und man hat sie also sozusagen ganz unten gelassen und nur eine ganz kleine Elite von Leuten haben die Chance gehabt, also das hinauf zu kommen. Das ist eindeutig sozusagen ein Opferstatus. Und bei den Homosexuellen, die habe ich ganz kurz hineingenommen, eigentlich eher als Beispiel, das ist, manche von den Dingen, die ich erzählt habe, gehängen auch mit persönlichen Erfahrungen zusammen und da habe ich einen lieben, leider auch schon verstorbenen Freund gekannt, der sich immer furchtbar aufgeregt hat über die Verschwulung der deutschen Theaterszene. Mir war das völlig fremd, also ich habe dem mit Interesse zugehört, aber da muss man sagen, also die Homosexuellen, so wie die Juden, gehören eher der Oberschichtminderheit an. Das heißt, mit einem im Durchschnitt eher überdurchschnittlichen Einkommenssituation... Ja, aber die armen Begräbnisse hat es wahrscheinlich bei den anderen eben zu 90% gegeben. Das können wir nachher, das müssen wir nachher machen. Nein, ich meine, das hängt auch mit dem Bildungsstand zusammen. Du kennst die Statistiken bei den Juden, auch vor 1938 mit den starken Besetzungen der Fächer, sozusagen Rechtsanwalt, Arzt, auch im Journalismus. Die haben nicht alle gut verdient, das ist ganz klar, aber ein Teil dieses wilden Ressentiments und der Gemeinheit, die sich da gegen die Jugend gerichtet hat, waren ja auch Konkurrenzneid einfach. Da hat also der Götz Ali schon recht, dieser Neidfaktor hat eine große Rolle gespielt. Also ich glaube, man kann, ich weiß, es kommt sozusagen das Argument mit den, es gab viele arme Juden, aber trotzdem in der Wiener Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft auch, war es so, dass sozusagen die durchschnittliche Einkommenssituation und Bildungssituation war eine bessere. Und das gilt, würde ich sagen, heute auch für die Homosexuellen. Da gibt es diese, ich weiß schon, es kommt gleich die Diskussion und ich freue mich schon drauf, aber ein bisschen was muss ich noch darüber sagen. Also schwarze Unterschicht, Minorität, Homosexuelle und Juden eher Oberschicht, Minorität und damit natürlich auch unterschiedliche, wie soll man sagen, unterschiedliche Angstszenarien seitens der Mehrheit oder Projektionsvorstellungen seitens der Mehrheit. Ich könnte zwei, bei mir kommen zwei Szenen aus dem Wirtshaus vor, die könnte ich kurz anreißen, wenn ich sie finde. Das ist nämlich schon unterschiedlich. Aber ich tue es vielleicht nicht jetzt, wäre ich gescheitert, wenn wir eine andere Frage aufnehmen. Ja, also was ich da bei dem Buch natürlich auch ganz spannend fand und es wird selten bedacht, die prekärste Lage für Minderheiten entsteht mithin dort, wo sie Herrschaftspersonal sind. Also denken Sie an den Kolonialismus, da gibt es verschiedene Stämme und ich sage, okay, ich privilegiere jetzt einen Stamm, mache den zu meinem Herrschaftspersonal, die sind mir natürlich treuest ergeben, weil sie sie privilegiert gegen den anderen, entsteht dann die Entkolonisierung, dann kratzt. Also wir werden es das Gleiche, werden wir in ein paar Wochen, Monaten in Syrien erleben, Arme Christen, arme Aleviten, das wird ihnen auch passieren. Also Minderheiten... Die Aleviten, die aber von den Franzosen für die Kolonialarmee herangezogen wurden. Richtig, aber das ist die Stütze vorher. Und diese Minderheiten sind natürlich, wenn die Herrschaftsverbände brechen, höchst gefährdet. Südmolukka in Indonesien. Dann Minderheiten nehmen Sie zum Beispiel, um am jüdischen Beispiel zu bleiben, Steuereintreiber in Osteuropa, waren oft Juden. Butsverwalt. Hat man natürlich wahnsinnig gerne abgegeben, weil das war der unangenehmste Job, den es gab, die Steuern einzutreiben und sagten, das soll der Juden machen. Das bringt natürlich den Antisemitismus zum Kochen, sowas. Also die Minderheiten, die sich auf das Spiel einlassen, oder teilweise auch einlassen müssen, weil sie keine andere Möglichkeit haben, die sind aufs Höchste gefährdet. Und da bringen Sie ein paar wirklich sehr schöne Beispiele. Ich weiß nicht, ob Sie dazu noch was sagen möchten. Wie gesagt, da gibt es unendlich viele Beispiele. Die Türken zum Beispiel auf Zypern wurden von den Engländern herangezogen, sozusagen als Polizeimacht. Die Eroberung Indiens durch die Engländer hat sich durch Heere abgespielt, die einen sehr beachtlichen Anteil an Dalits, also an sogenannten Unberührbaren hatten. Die haben natürlich eine Chance gesehen, hier sozusagen zu avancieren. In Südamerika ist der Ausdruck Malinche sprichwörtlich. Malinche war die Freundin sozusagen von Hernán Cortés und sie war von einem Stamm, der von den Azteken unterdrückt wurde. Und natürlich, wenn sozusagen ein fremder Oberer kommt und die eigenen Leute sind unterdrückt worden, schließt man sich dem an. Das ist ein Mechanismus, der ganz rational und ganz normal ist. Und das kann natürlich zu furchtbaren Dingen führen. Ich sage es, und nämlich auch zur Eskalation. Beispiel Irland. Reformation. 1541, Heinrich VIII. versucht die Reformation auch in Irland durchzusetzen. Misslingt. 1560, Edward VI. beginnt mit der Ansiedlung von protestantischen Englern. 1609, James I., Ausdruck Plantation. Was haben die armen Irren gemacht? Die haben natürlich immer konspiriert mit den Feinden Englands. Aufstände sind unterstützt worden von den Spaniern, wie die Spanier Hauptfeinde Englands waren. Sie sind unterstützt worden von den Franzosen, wie die Franzosen Hauptfeinde Englands waren. Da hat es eine ganze Exilarmee gegeben. Ein beachtlicher Teil der französischen Armee hat aus Irren bestanden. Ein paar Irren haben sich auch ins katholische Österreich verfügt oder verirrend. Aufstand, der letzte Aufstand, 1916, das sogenannte Easter Rising, von den Deutschen unterstützt worden im Ersten Weltkrieg. Also, das ist jetzt, natürlich kann man das alles so interpretieren von der Mehrheit seit, das sind lauter Verräter. Ja, das sind Leute, die also einfach mit dem gegenwärtigen Regime nichts zu tun haben wollen und die sich dagegen verwehren und verwahren. Und natürlich nehmen sie eine andere Position an. Und Ähnliches, nur um das kurz zu fassen, betrifft natürlich die Armenier und das Osmanische Reich. Womit ich in keiner Weise sozusagen den Genozid des Jahres 1915 gutheißen möchte. Aber die andere Geschichte wird meistens nicht genannt. Und das ist eben mit ein wesentlicher schlimmer Punkt. Und da kommen wir natürlich auch auf die Geschichte der Arbeiterbewegung hinein. Natürlich haben sich die Unternehmer im 19. Jahrhundert, wenn sie Streikbrecher gesucht haben, die von draußen geholt. Das waren die Iren in England, das waren die Schwarzen zum Teil in Amerika, in den USA. Die Belgier in Frankreich. Die Belgier und die Italiener in Frankreich. Italiener zum Teil auch in Österreich und in Deutschland. Und da sind, das sind arme Hunde gewesen, die sozusagen irgendwie einen Job gesucht haben. Und da draußen sind sozusagen die heimischen Arbeiter gestanden. Und wir hätten die am liebsten umgebracht. Und manches Mal wurden auch Leute umgebracht. Das ist auch immer wieder das Prinzip Teile und Herrsche, dass man sagt, also wir holen uns da den billigen Minderheiten- oder Ausländervertreter herein und der macht uns die Drecksarbeit. Und das hat aber schwerwiegende Auswirkungen der Entsolidarisierung. Schwerwiegende Auswirkungen. Wird aber heute nicht gerne gesprochen drüber.